hallo leute da bin ich wieder mein tipp ist umgang portugal mit 2 zu 2 im moment auf platz eins ist nindorf monster danach komme ich dann kommt daniel es dann kommt kevin prinz und dann kommt angez also ich habe vier richtige und auf platz eins der hat drei richtige aber ich will ja nicht selber mein eigenes spiele wenn für den fall nindorf monster drei richtig ich habe vier richtige daniel es hat eins richtig kevin prinz hat auch eins richtig und anges hat gestern auch erst richtige tipp habe ich also mein buch stehen und mein tipp ist ungarn portugal 2 zu 2